Ja, also, unsere Landschaft ist vorzüglich geeignet für das Mountainbiken, für das Biken im Allgemeinen. Die Nockberge mit ihren runden Formen und in Verbindung mit den Seen, mit den schönen Tälern, haben wir genug Angebote, genügend Tourangebote. Die Herausforderung ist natürlich auch, dass die Nockberge schon auch für sportliche Biker ideal geeignet sind. Es sind, wenn man will, sind einige Höhenmeter möglich und natürlich in Verbindung auch mit den Trails und mit den Single Trails ideal kombiniert. Und das Ganze in Verbindung mit dem Seeangebot, mit dem Sprung ins Wasser, mit dem Badeangebot, ist natürlich eine tolle Geschichte. Was natürlich noch dazu kommt, wir haben in unserer Region natürlich ein sehr großes Angebot an Kulinarien, von der Almhütte bis herunten im Tal, bis zum Gourmet-Restaurant, bis zum Fischrestaurant, wird eigentlich alles Mögliche geboten. Und sehr viele Almhütten, eigentlich auf jeder Tour haben wir eine Möglichkeit, kulinarisch die Alpen-Adria-Küche zu genießen. Vielen Dank. Vielen Dank.